Ja, ein herzliches Glück auf, ein letztes Mal hier aus Spanien nach Aue in die Heimat, an alle Zuschauer. Ja, heute dritte Geburtstagskind hier im Trainingslager nach Rizzi, Pfanne, hat Mario Quesic heute Geburtstag. Von daher neben dem Trainingslager auch ein Geburtstagsfestival hier in Spanien. Ja, heute letzte Einheit gewesen, wir haben nochmal intensiv gearbeitet, sind jetzt dabei unsere Sachen gleich zu packen und machen uns dann wieder auf den Weg nach Aue, beziehungsweise erstmal über Berlin, wo wir landen werden und dann auf den Weg nach Aue. Ja, zum Trainingslager insgesamt muss man sagen, vom Wetter her optimale Bedingungen, die Plätze waren super, das Hotel war super. Wir haben zwei gute Testspiele absolvieren dürfen und können. Wir haben mit dem Kartfahren gestern nochmal eine teambildende Maßnahme gehabt, wo, glaube ich, jeder Spaß gehabt hat, wo nochmal jeder so ein bisschen außerhalb des Fußballplatzes ein bisschen Fun drin war. Ja, insgesamt bin ich als Trainer sehr zufrieden, was wir hier gemacht haben. Wir haben hart gearbeitet, die Jungs sind jetzt auch müde, das merkt man einfach heute auch in der Trainingseinheit. Und von daher hoffe ich, dass wir dann, wenn wir am Montag wieder loslegen, alle wieder frisch dabei sind. Allen Zuschauern, die uns begleitet haben, zu Hause beste Grüße nochmal und ein Adios aus Spanien. Glück auf!